Lucky einen ganz schlechten Start. Ich bin schon direkt hinter dir. Ja, das war gut jetzt. Ja, das war gut jetzt. Ja, das war gut jetzt. Ja. 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 Ich glaube, das ist zu kurz hintereinander. Ich glaube, es ist gut, dass ich hier jetzt freie Fahrt habe, so kann ich rankommen. Oh, SilentPain hat sich... SilentPain mit einem Murphy. 0.8 Sekunden. Nein! Mann, das kann doch echt nicht wahr sein, dieses Rennen. Was ist das denn für eine Scheiße? Was meinst du? Du bist jetzt an denen dran. Versuch nochmal in der DS-Zone. Nice. aber knapp trotz dieser ganzen scheiße bin ich nur fünf sekunden hinter platz 1 das kann doch nicht wahr sein das rennen hätte ich locker gewonnen kristin kristin